Ja! 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 Yes! Parieren, schlagen, parieren, schlagen! Geht doch! Aber nicht lange gebraucht, um das rauszukriegen. Sehr nice, hab sie! Puh! Hat gedauert. Aber das Gefühl dann auch, wenn man es geschafft hat, ist so geil. Ah, aber die snipen hier noch. Muss ich denn? Ja, aber echt endlich, Alter. Aber der Kampf war cool. Ohne Scheiß, hat mir gefallen. Am Ende hast du halt erst so den Aha-Effekt, weißt du? Oh Scheiße, hier werde ich gleich jeden Effekt haben, dass ich... Weggeschossen werde wie Dicks! Go for it! Run, run, run! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Oh Scheiße, da ist sogar ein Loch im Boden! Ohohohoho! Wo muss ich hin? Und für das erste bin ich hier, glaube ich, immer safe? Ah ja! Ah ja! Okay, gut! Falsches Testament! Ah ja! Okay, gut! Die nerven schon ein bisschen. Fuck! Ja gut, ohne Heilung oder nix. Muss ich nochmal rüberjumpen. Aber die nerven, die Sniper hier. Und noch dort. So. Egal, ich bin happy. Rossi's Town. So, mit sechsmal heilen sollte ich jetzt da durchkommen. Die sind ja mega motiviert, Alter Die denken auch, die sind in einem Fortnite-Turnier Alter, nee, 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 nee Alter, wenn sie dich einmal haben, bist du am Arsch Wenn sie dich einmal haben, dann schießen die alle auf dich Holy shit Fuck, Alter Ach Könnte auch da hoch, aber ich glaube besser hier hoch, oder? Wenn er mal hochkommen würde, ey Ich finde das Klettern so beschissen Guck mal, du drückst zwar, aber der macht das nicht Jetzt macht das Nervige Gegner, ohne Scheiß Äh, ja, aber ich glaube, ich muss trotzdem in die eine Richtung gehen, oder? Ja Woben ist auch einer? Lass mal gucken, wo noch welche sind Wo, Alter, der hat mich jetzt erschrocken Man, ich habe nicht gefinished, hätte ich noch Leben gekriegt Wo ist der? Fuck Fuck Gar nicht mehr so einfach das Gebiet Gar nicht mehr so einfach Die Nerven übelst Aber irgendwo da muss ja so ein Ding da zum Rasten sein, oder? Ja, Versuch Nummer 3, glaube ich Aber ich will mal was anderes versuchen Es ist doch voll auf Distanz Was ist, wenn ich eigentlich so ein Ding hier nehme, das mich unsichtbar macht? Wo sind denn ich dann schlechter? Oder juckt es die nicht? Der juckt die nicht Das tut ihm ja gar nicht Alles klar, Dominik Wünsche euch noch einen guten Abend, Mann Danke fürs vorbeigucken, fürs Zusehen Und schlafen, ist ja schön Und das Moin oder so Ach, jetzt hör auf auf mich zu ballern, Alter Wo hat er mich jetzt getroffen, bitte? Jetzt stürzt sich auch noch ab Du sollst das Nehmen nicht hier runter hängen lassen Danke Danke Die Gebiete werden ja nicht immer klasse, ja? Mann, toll, der guckt halt genau in die Richtung alle beide und das sind übelste Ficker. Einen kriegen wir ja noch. Ok, go for it. Wird schon klappen. Oh! Oh! Jawohl, den kann man speichern. Den lass ich da hinten stehen, er kann ballern bis, keine Ahnung, bis das Umfeld. So, last'n Baby. Aber da waren halt noch Gegenstände, also ich werde da noch mal kurz hin. Ich werde da jetzt noch mal erledigen, aber ich kann mich jetzt ja auch mehr heilen. Ich werde da noch mal kurz hin. Oh! 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 Finish ihn doch, na man, hab ich noch ein bisschen Leben bekommen. So, da hinten haben wir auch noch mal einen Gegenstand. Ja, ja. So, trotzdem bin ich weg hier. Hm, ich könnte auch da runterspringen, aber mir gehen wir den Weg normal weiter. Oh. Oh. Haben wir noch einen Boss? Der hat schöne Augen. Okay, bei dem müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Blocken funktioniert nicht, der haut ja rein ohne Hände. Warte mal, vielleicht kann man da irgendwas machen. Vielleicht kann ich ja mit diesem Feuerwerk was machen. Vielleicht hat er ja irgendwie Schiss davor. Mal sehen. Das machen wir weg. So. Dann hat er ja Schiss davor, wer weiß. Musik kannst du gar nicht blocken. Boah, Alter. Wie haut denn der raus? Aber ja, ich hatte recht. Nichts. Trotzdem ist der so schnell, der so schnell wieder bei dir. Der ist ja direkt instant wieder da. Ich hab zweimal hier noch Death-Counter, ne? Ist das jetzt angegangen oder nicht? Geht da jetzt der Counter oder? Ah, geht. Okay. Der Schnetzel ist so schnell weg, Alter. Du kannst nichts tun. Nein, du kannst contrack бар. Das ganze Hause werden müssen! Fertig. Deine Attila! fixed. Für die Stroken! Sur hol Clement. IchATHAN? Schreiber zu sein. Verschw doświad不到 die П分享. Funktioniert er bis jetzt ja halbwegs. Es haltet ihn zumindest ein bisschen auf, aber wie ich ihn aufhalten soll, kein Plan gerade. Ah ja, okay, einfach. Einfach zur Seite ausweichen, aber hört er auch mal auf mit dem Schlagen. Ja, ganz kurz hört er auf, aber dann macht er direkt wieder weiter. Hm. Hm. Dann macht er direkt insgesamt weiter genau da, wo er aufgehört hat. Juck den nicht. Was blöd ist, ich habe kein Geld. Ich müsste wieder ein bisschen Geld farmen gehen eigentlich, damit ich wieder diese Embleme habe und hier die auch nützen kann. Wenn er dich einmal hatte, bist du weg. Ich weiß nicht, wie ich den kriegen soll. Ja, heat Unteriforniere. Was ist, ich würde mal sagen. Ja, ich Cold. UndANGsuper. Blocken mal bestimmt nicht. Oder? Hm. Es geht sich aber genau aus. Also mit dem Blocken geht es jetzt genau aus. Wenn ich dann vor ihm stehe. Mit meiner Haltung. Geht sich ganz genau aus. Aber dann macht er weiter und dann bin ich wieder am Arsch. Geht sich! Geht sich! Geht sich! Kein blassen Schimmer, wie der geht. Mrah. Mrah. Mäh. Ich brauch' ich gar nicht versuchen. So, kann man hier unten vielleicht noch irgendwohin... Nö. Das heißt, es geht halt hier nirgends weiter außer ich mach' diesen Boss down. Oh, viel Spaß, aber der fickt mich einfach wie nix. Geht der Deathcount überhaupt, Alter? Ja. Hm. Hm. Ne, wenn der mich halt einmal hat, dann kannst du's wieder vergessen, ey. Das ist der Wahnsinn. Checking new. Geh, Geh, Geh! Geh, Geh, Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! In so nem engen Raum gegen so nem Vieh zu kämpfen... Geh, 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 Geh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich glaube, auf Deutsch gesagt, kann ich das komplett vergessen. Aber sowas von... Ich hätte hier noch einen Boss, aber ich glaube, den kriege ich auch nicht hin. Hm, wie soll ich das hinbekommen? Geht's hier nicht irgendwo anders hin? Nein. Ich glaube, bei dem müsste ich mir echt ein Tutorial angucken, wie man das machen soll. Geht's hier nicht. Geht's hier nicht. Geht's hier nicht. Geht's hier nicht. Das war's für heute. Vergiss es. Nina? Kriege ich eine? Kriege ich eine Zigarette? Danke. Könnte ich ihn sonst noch... Was habe ich denn hier sonst noch zu tun? Woher weiß ich, ob ein Gebiet fertig ist und nicht? Das kann ich eigentlich immer überhaupt zahlen. Ich kann immer gut schauen. Ich glaube eh nicht von Clifers, oder? Ich glaube aber, dass es gar nicht mal so schlecht wäre, wenn ich ein bisschen hiervon hätte, um das einsetzen zu können. Dieses Feuerwerk. Ich glaube, damit kriegt man den, sonst kriegst du den nicht. Könnte ich dir irgendwas geben? Ich glaube, hier durch die Tür kann man auch nicht, ne? Naja. Dann brauche ich hier gar nicht herkommen eigentlich. Probieren wir mal den Dämpfer aus hier, der hier noch rumlungert. Und... ... F***t euch. War das überhaupt der Weg zu dem Boss? Willst du nicht hier runterspringen? Ah, da bin ich ganz weg. Okay. Aber das war nicht mehr der Weg zu dem Boss. Bin hier falsch gelaufen immer wieder. Irgendwas ist hier im Wasser. Ich will aber nicht wissen was. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Fuck is this? Ah, da bin ich ja wieder hier. Hier geht es ja auch nicht weiter, bis ich diesen blüten Affen da getötet habe. Warte mal, ich guck mal ein Tutorial. Oh Gott, es interessiert mich gerade, wie man den macht. Wie heißt denn der überhaupt nochmal, dieser Boss? Wie heißt denn der nochmal? 1.000 Füße gelassen. War gar nicht mehr so schlecht. 3.000 Füße gelassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber, Problem ist, ich habe kein Geld. Ich muss ein bisschen Geld farmen und dann halt hier genügend von diesen Dingern da kaufen. Machen wir das ein bisschen. Wir farmen mal ein bisschen Kohle. So mal 1000, 2000. Mal schauen. Oder 500 glaube ich halt auch. Egal. Hauptsache, dass ich wieder mal genug Embleme habe, weil da habe ich ja alle irgendwie verböllert. Die sind alle weg. So, dafür hauen wir uns. Aber warte mal, ich habe ja auch noch schwere Geldbeutel und so. Kann ich das nicht verkaufen? Stimmt. Komm, wir gehen mal zu dem Händler kurz. Da habe ich ein bisschen Kohle. Dann spare ich mir das Farmen. So, dann verkaufe ich dir mal was. Und hier. Wo ist das denn? Da. So, damit kaufe ich mir jetzt. Mit den 3000 kaufe ich mir jetzt diese ganzen Gebetsdinger da. Da habe ich glaube ich für eine Weile genug. Ich werde glaube ich auch viele brauchen. Was soll das jetzt? Ich werde auch viele brauchen, glaube ich. So, dann haben wir schon mal noch 285 auf dem Lager. Na, passt das. Weil die wird man brauchen. Die braucht man für den Boss. Ohne geht er nicht. Und selbst dann glaube ich wird es nicht mehr so einfach. Ohne geht er nicht mehr so einfach. Danke für das Cigarette. So. Mikro, gehen wir ein bisschen aus dem Weg. Danke. So heißt es gut. Du bist eigentlich wieder am Kratzen hier, oder? Hallo, hallo. Ne. Ach, statt die ist loslos, wenn man sich selber abhören kann, ne? So, let's go. Das sind wir nicht easy. Aber wie erwartet. Wenn er mich so von hinten fickt, kannst du es eh vergessen. Wenn er dich von hinten fickt, kannst du es eh vergessen, Alter. Ich weiß nicht. Du bist eben nicht. Aber es läuft schon mal ein bisschen besser Ich glaube, meine Taktik ist auch noch ein bisschen schlecht Aber die Taktik dahinter ist noch ein bisschen schlecht Ich glaube, meine Taktik ist auch noch ein bisschen besser Ich glaube, meine Taktik ist auch noch ein bisschen besser Ich glaube, meine Taktik ist auch noch ein bisschen besser Scheiße, Mann Ich glaube, meine Taktik ist auch noch ein bisschen besser Er geht mir auf die Eier Ich glaube, meine Taktik ist auch noch ein bisschen besser Ich darf ihn nicht dazu kommen lassen, dass er attackiert Ich muss ihn durchgehend unterbrechen Und das ist auch schlecht, was ich gerade mache Ich glaube, meine 200 irgendwas Dinger da, die werden schnell weg sein Ich glaube, meine Taktik ist auch noch ein bisschen besser Das war's für heute. Nee, wie schafft denn nicht? Da muss das Timing so hundertprozentig passen einfach, das ist heftig. Wenn er dich einmal hat, vorbei. Dann brauch ich es gar nicht weiter versuchen. Dann spare ich mir meine Dinger da. Ja. Guck mal, der macht doch instant weiter, der hört einfach nicht auf. Wenn du einmal am Boden bist, wenn du einmal die Deckung weggehauen hast, das kannst du vergessen. Der macht weiter, der macht dich kaputt. Das war der schnellste Versuch. Aber jetzt glaube ich, habe ich was richtig gemacht, weil auf einmal irgendwie so eine Attacke da kam, die man nicht ausweichen kann oder blocken können. Ah, partieren! Hm. Okay. Langsam lerne ich es, bis wir meine scheiß Feuerwerke ausgehen. Genau. Okay. Ach, come on! Aber es wird schon besser, es wird langsam besser, es wird langsam besser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich konnte gar nichts tun Ah, jetzt hat es mir am Ende nicht mehr gereicht, schade So, wenn er jetzt ein bisschen weggeht Er geht nicht weg Hab ihn, yes Jawoll Nice, Alter Sehr schön Großen Fächer bekommen Ein bisschen Schrot Hier kann man nochmal runter Sehr nice, Alter Rasten wir mal und können jetzt wieder unsere Angriffskraft verbessern Weil ich hier wieder Ah ne, hier Körpermerkmale kann ich hier wieder verbessern Weil ich wieder vier Gebetsbellen habe Da habe ich wieder ein bisschen mehr Leben Und mehr Haltung Sehr schön Wunderbar Ah, da kann man nicht durch Okay, aber ich kann ja hier unten hin, oder? Ist hier irgendwas? Komm ich hier irgendwo hin Oder kann ich hier nur was aufheben? Nö, ich kann hier nur was aufheben Ah, ne, es geht doch weiter Aber Ah Hier ist es ganz schön eng Ah, da bin ich wieder hier Glaube aber, dass es dadurch noch einen Weg gab, oder? Ah, da gab es hier keinen weiteren Weg mehr Also irgendwas hört man da Ob man da hin will, ist eine andere Frage Na, fuck Aber da gab es doch auch noch einen Weg, oder? Oder bin ich jetzt ganz safe? Hier ist doch auch ein anderer Weg jetzt, oder? Ja Aber ich glaube, da kriege ich nur das Konfetti hier Oh, aber ich habe zwei von denen Das ist gut Oh, shit Alter Kann es sein, dass ich von denen dieses ganze Konfetti bekomme? Könnte sein, oder? Weil dann kann ich vielleicht hier immer herkommen Und mir dann das Konfetti holen, wenn ich es dann brauche Weil das braucht man ja Dinge für die einen Bosse da unten Weil sonst kriegst du den nicht hin Ähm, so Erstmal Berührungsmittel hier reinhauen Und dann auch noch hier dieses göttliche Konfetti reinhauen Let's go Und dann können wir ja versuchen Die einen Bosse da zu kriegen Kann man hier noch irgendwo hin? Ja, da kann man noch hin Oh, das hört sich böse an Machen doch kaputt Oh, ein Gebetsbälle einfach so gefunden Nice Da schießt noch einer Nein, nicht Berührungsmittel, du Idiot Noch einer Die Nerven Ich glaube, hier geht es aber nicht mehr weiter, oder? Okay Gut Jetzt weiß ich halt nicht, ob es hier noch irgendwo in dem Gebiet weitergeht Oder ob es das jetzt hier war Keine Ahnung Gut 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 Das war's für heute. Ach komm schon Ok Ja, meine Konzentration ist schon sowas von lost, ey, das gibt's nicht Null Konzentration mehr Hallo, raste doch Wir geben übrigens Gutpunkte, ne? Hm? Ja? 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 Ja?